So, hallo Klasse, guten Morgen, ihr Banane. Also, wir machen mit der Klasse ein Camp. Also, wir fahren ins Camp. So, ähm, morgen fahren wir los, bitte nehmt eure Schwimmsachen mit, vielleicht gehen wir ein bisschen Schwimme und, ja, Essenssachen, Essenssachen und so, das wisst ihr ja alles, ne? Und es ging ein Elternbrief, äh, beim Internet raus, ne? Okay, ich will da mal an. Oh ja, Schule bändet. Wir können gehen, komm, Leila, wir gehen schon mal vor. Lisa wird wahrscheinlich wieder ein bisschen drinbleiben, weil sie wieder nachsitzen muss. Also, wir fahren jetzt nach Hause, oder? Ja, also dann tschau, Leila. Ja, tschau, Achmed. Tschau, bye. Ich einen Hunger. Hallo, Mama. So, klopf, klopf. Hallo, Mama. Ja, hallo, mein Kind. Wie warst du denn in der Schule? Ja, war gut. Ich geh, ich geh jetzt schlafen. Tschau, Mama. Okay, ach, ich darf mal ins Bett legen. Na, dann lege ich mich schlafen. Hab ich gut geschlafen. Habt ihr auch gut geschlafen? Ich hoffe. Tschau, Mama, ich bin in der Schule. Heute ist Camp. Let's go. Jetzt warte ich hier auf Leila. Ach, ich glaube, da oben sehe ich sie schon. Komm, Mama, heute ist Camp. Ich weiß aber nicht, wie lange es dauert. Ja, ja, ich weiß es schon. Hi, Leila. Hi, Achmed. Komm, wir gehen. Äh, wo ist denn ein Rucksack? Ein Rucksack? Ähm, ich hab alles. Ich hab so einen unsichtbaren Rucksack. Ja, ja, das ist ganz neu auf dem Markt. Weißt du das? Ach, Achmed, komm, wir gehen. Ja, ich brauch gar nichts. Äh, wollen wir mit den Skatepods fahren? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Warte, ich hol es schnell. Wie sieht ihr Skateboard aus? Sieht es genauso aus wie mein. Ja, wir haben die gleichen Skateboard. Ab zur Schule. Ja. Warte kurz. Let's go zur Fußschule. Jetzt bin ich vom Skateboard gefallen, Leute. Und sie sind schon mal vorgefahren. Okay, und dann komm ich jetzt auch. Die warten da schon alle. Hoffentlich komm ich nicht zu spät, Leute. Oh, da kommt ja Achmed. Äh, hallo miteinander. Hallo, Achmed. Bin ich nur rechterlich? Bin ich nur rechterlich? Bin ich schon mal ein? Okay. Ja, steig ein. Ich sitz ganz hinten. Fühler, stopp, wartet. Ihr kriegt noch eure T-Shirts. T-Shirts, yay. So, eins für dich. Danke. Eins für dich, Lisa. Und eins für dich, Leila. Jetzt aber. Schön schaut ihr aus. Ich bin hinten im Bus. Ganz hinten. Leila, bitte Handy weg und einsteigen. Ich bin die vorletzte Reihe, yay. Leila, jetzt komm. Leila, jetzt komm doch. Wir warten alle auf dich. Entschuldigung, jetzt tut mir leid. Ich hab euch nicht gehört. Auf einmal. Wie nicht zu dir hocken, Steffen? Ne, ein Niederreiter auf einer hocken. Also du musst jetzt da wieder. Genau. Ja, dann Busfahrer. Oh, das ist ja. Ja, let's go. Ich schlafe. Oh, ihr seid alle da, oder? Ja. Ah, Ahmed ist auch da. So, also. Ich sag euch jetzt den Plan für heute. Als erstes werden wir jetzt in die Zimmer gehen. Von euch. Danach, hier, seht ihr ja, hier, haben wir den tollen See. Ich geh schon mal vor. Und hier. Nein, Ahmed, du bleibst da. Ist eh für die Geld. Und dein Koffer. Ist für die Geld. Also hier haben wir den See und die Wasserrutsche, die werden wir auch betätigen. Also, bitte alle einmal mitkommen. Yay. Oh ja, erst mal schlafen. Let's go. Ich komme auch. Ja, ich komme. Ich bin auch. Ja, und ich komme auch. Einen Moment. Ich lege mich hier hin. Yay. Danke, Herr Banane. Ich glaube, ich schlafe jetzt erst mal eine Runde. Oh, hier ist gemütlich. Fünf Minuten später. Habe ich geschlafen? Leute, habe ich geschlafen? Leute? Ja. Habe ich geschlafen? Ja, Ahmed, du hast geschlafen. Wie lang? Ich glaube, fünf Minuten so, wenn ich mir nicht verrechne. Geben wir schwimmen. Aber sei leise. Die anderen schlafen noch. Komm, wir tun schon mal das. Ey, Ahmed. Ey, was ist? Was ist? Ja, aufstehen alle jetzt hier. Hallo. Ui, ei, ei. Aufstehen. Wir gehen jetzt in den Pool. Ahmed, lass doch Leila in Ruhe. Gehen wir zu uns um und gehen in den Pool, oder? Ja, zieht euch schon mal um. Ich hole da Leila. Überhaupt in den Pool. Gehen wir jetzt in den Pool. Ja, Leute, kommt. Ab und los, schnell. Herr Lehrer, die gehen schon mal. Sie können ja nachkommen. Ich mache die Wasserrutsche. Yay. Los, komm. Wasserrutsche, let's go. Warten wir doch auf Lisa, oder? Wo bleibt Lisa? Wo bleibt Lisa? Ich schaue ich schon runter, bis sie kommt. Wo kommt sie hier? Wählt ihr was aus? Wie? Tschüss. Ah! Oh mein Gott. Egal, mir geht's gut. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, das ist so gut. Und jetzt Lisa. Let's go Lisa. Du dachtest. Lisa, nein, sie ist runtergefallen. Das hat so Spaß gemacht. Aber jetzt, let's go in den Riesensee. Kinder. In den Riesensee. Ab in den See. Ja, was ist? Kinder. Ja? Nicht rutschen. Warum nicht? Diese Rutsche ist viel zu gefährlich. Ich bleib draußen. Ihr schwimmt jetzt. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Hopp, hopp. Los. Es ist schon 10 Uhr abends. Okay. Let's go. Alle in. Kommt alle schwimmen. So gut. Beste Ferien. Wartet auf mich. Beste Urlaub aller Zeiten. Das Beste kommt zum Schluss. Let's go. Hüpf rein. Ich fange nicht auf. Äh, bin ich ich. Puh. Hüpf. Wow. Endlich war ein bisschen nass. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Es gibt Essen. Ja, komm, lass raus und uns abdrucken. Herr Banane, wir gehen uns abdrucken. Aber. Ich glaube, das ist okay. Ja, aber wir ziehen uns noch nicht um, weil wir hocken so im Lagerfeuer. Oder? Nein, wir ziehen uns um. Lisa, komm, wir müssen uns umziehen. Äh, ja, ich komme gleich. Oh, dann ziehe ich mich wieder mal um. Jetzt sind wir auch schon mal im Lagerfeuer. Herr Lehrer, kommen Sie. Ich möchte Marshmallows. Ja. Let's go. Ich möchte Marshmallows. Soll ja mal eine lustige Pose zeigen. Schaut mal. Oh mein Gott. Jetzt machen wir das Lagerfeuer nicht. Ich habe schon mal eine Marshmallows bereit. Ja. Ich muss gar nicht, dass es jetzt Burger gibt. Ja, die gibt es immer. Oh, war das lecker. Und ich glaube, die sind auch schon... Und die sind auch hier... Schön. Ich bin ehrlich gesagt auch müde. Lisa, Ahmed, Leila, wie findet ihr es? Von 1 bis 10? Also, ich bin sehr, sehr müde. Und ich schlafe jetzt gleich noch ein. Ja, ich auch. Ich bin komplett kaputt. Herr Banane, wenn es nichts ausmacht, dann gehen wir alle rein. Ja. Kommt, Leute. Ich nehme mir das beste Bett. Ey, das wollte ich. Dann nehmen wir ihm das. Lisa fehlt jetzt nur noch. Bitte komm, Lisa, zu mir. Lisa, komm. Nee, ich gehe zu ihr. Gute Nacht. Danke. Gute Nacht. Ja, Leute. Dann machst du das jetzt hier mit der Story. Gute Nacht, Kinder. Alle hier beim Versammeln. Das war's mit der Story. Let's go. Was? Okay. Leute. Er war den. Leute, okay. Jetzt. Also. Das war's. Crazy Unterschied. Mit ihr habe ich das Ganze gemacht. Sie ist ganz um ein Interviewbeschreibung. Ja, ich bin auch mit dabei. Hola. Sie ist ganz um ein Interviewbeschreibung. Dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sind alle draußen, oder? Hallo, Schnitt, Schnitt. Oh, Steffen wieder. Das muss man mal machen. Was? Ich muss nicht, ob ich aufgenommen habe. Kakao. 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 Ich hab noch nicht den Kamm. Oh. Letzah. Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Leute. Abonniert und bleibt bei uns bleiben. Vielen Dank.